hallo und herzlich willkommen zurück bei raft wir hatten uns ja das letzte mal so einige dinge vorgenommen wenn ihr euch erinnert sind wir bei einer weiteren plattform angelandet wir wollten das schiff mal ein bisschen ausbauen wir wollten gucken ob wir mit dem haiköder den high anlocken können und ich ihn dann vielleicht meucheln kann das werden wir uns alles anschauen aber ich werde euch nun auch auf jeden fall mal den zweck des ausbaus zeigt da geht es nämlich um die kommende tier erweiterung für raft vielleicht ist sie zum zeitpunkt der video veröffentlichung auch schon online ich weiß es nicht ich werde jetzt mal während ich denn dass mein floß lade euch einfach mal zeigen was für tiere uns da zukünftig erwarten oder die möglicherweise bereits bei raft eingetroffen sind es wird nutztiere geben von denen man was bekommen kann zum beispiel milch und wolle es wird einen neuen gegner geben und es wird mindestens ein tier geben was man sich auf dem floß halten kann und das areal werde ich auf jeden fall auch auf dem floß ausbauen wenn ihr nun überhaupt nicht gespoilert werden wollt dann macht ihr jetzt einfach mal ungefähr eine minute die augen zu oder spielt die dementsprechend vor ich lade derweil das floß und werde dann werde dann dementsprechend erst mal auf der plattform gluten gehen also aber eigentlich wollte ich es wohl ja nicht mehr ankündigen ich bin mir da schon wieder untreu in der aussage geworden tut einfach so als hätte ich nichts gesagt vom spoiler alarm gut gut dann geht's los schick schick so da gehen wir mal gucken was auf der plattform finden und natürlich nehmen wir auch mit was wir unterwegs finden gar keine frage in kunststoff lasse ich aber jetzt mal liegen schrott schrott kann man ja mal brauchen und bis der wasser mal zu schön war dass ich noch mal laufen seid doch bestimmt interessiert was da kommt oder kommen lassen wir noch mal laufen jetzt werde ich ja mal versuchen mal ein bisschen systematischer zu gucken nicht wie das elend was sie in einer folge gesehen habe wo ich völlig die orientierung verloren habe obwohl sich das natürlich auch alles ein bisschen ähnlich sieht kommen wir hier noch irgendwo hin wenn wir darauf springen na das konnte ich auch schon mal besser da sind wir dann außer für die schöne aussicht für nichts und wieder nichts hier hoch gegangen naja macht nichts das hat die kunststoff den werde ich mal außen vor lassen erst mal geht's noch auf aber ob hier hinten aus ist also wir haben eine innen treppe und eine außen treppe das merken wir uns mal das hatten wir ja auch schon auf einer anderen plattform schon mal gesehen und das ist schon so ziemlich um system hier dieselbe zu sein wenn ihr euch nicht erinnert oder die anderen folgen noch nicht geschaut habe dann schaut doch gerne mal in meine playlist oder auch mal bei den anderen spielen rein oder leicht und abonniert mich damit ihr immer auf dem laufenden seite wenn ich neue videos veröffentliche ich würde mich sehr darüber freuen das hier habe ich nämlich da ewig nicht gefunden ein bisschen anders ist doch glaube ich naja und auch nicht so haben wir noch ein paar kisten rum stehen mit denen wir nichts anfangen können ja das ist vom system her ganz genau dasselbe doch hier haben wir wieder eine satelliten schüssel drauf mit der wir aber nichts anfangen können ja das war dann kurz und schmerzlos diese plattform und man sieht cool aus oder müsste man fast mal ein screenshot von machen geht das denn hier steam overlay 12 ein screenshot gemacht wenn ich dann ja nachher auch mal auf meine account hochladen ich bin hier mal das noch aus toll oder mache ich eigentlich viel zu selten screenshots für steam gut dann habe ich mich sogar verletzt gut das ist auch realistisch wenn man hart auf der wasseroberfläche aufschlägt da muss man aufpassen dass man nicht so ist dass es gerade wirkt als würde man auf beton springen aber dass ich jetzt hier sterben würde habe ich auch nicht erwartet das ist man ja selbst auf der großen insel im survival talk mit networker nicht geglückt mich um die ecke zu bringen beim runterspringen so dann packen wir hier mal wohl eigentlich sortieren kann ich später noch kommt eigentlich der interessante part den ich hier testen wollte und jetzt auch mit euch teste noch mal ein bisschen die lippe bevor ich den hier dass ich diesen köder hier ins wasser werfen werde und dann werde ich versuchen in der hall kommt ob ich den weg fixen kann da ist wir bewaffnen uns schon mal dann bin ich sehr gespannt ob das funktioniert mal sehen ob der hei sich den köder überhaupt holt oder ob das experiment vielleicht an dieser stelle schon beendet werden muss ich könnte ja schon mal ins wasser gehen er tut mir ja nichts da ist er auch da ist er etwa im friedlich modus so friedlich dass er sich noch nicht mal den köder holt das ist denn möglich ich hoffe wenn es danach geht musste der hei ja in den letzten folgen schon mehrfach verhungert sein wird doch nicht zum vegetarier geworden sein vielleicht hätte ich hier mal wetter pflanzen reinwerfen sollen statt einem fisch köder also liebe excel studios patch das bitte auch dass wenn er friedlich ist könnte er doch wenigstens diesen heiköder annehmen das wäre zumindest realistisch er muss mich ja deswegen nicht angreifen da habe ich ordentlich fisch verschwendet also für was jetzt auch nicht sieht nice aus aber ich kann es auch nicht wieder einsammeln und jetzt scheint ja genau das gegenteil passiert zu sein vielleicht eine fisch allergie der hei na das herr ding oder weil nicht nur dass er den heiköder nicht frisst ich sehe hier auch gar nicht jetzt haben wir noch mal ein bisschen holz ein das kann man ja immer brauchen da ich ja vor anker liege schwimmt mir nun auch mein los nicht weg ein blätter habe ich eigentlich genug aber vielleicht brauche ich dann für den flussausbau auch noch ein bisschen seil mal gucken ist der hei irgendwo so gar keine sauerstoffflasche dabei glaube ich und keine flossen an da oben sind auch wieder die möwen wo ich nicht dran kommen und jetzt sind auch noch an zu regnen da kommt ja alles zusammen was man sich nicht wünscht oder ist der hei vielleicht erschrocken weil ich einen kugelfisch doppelkopf habe wer es noch nicht gesehen hat das ding da könnte ich ja eigentlich gleich nochmal ein screenshot machen ja ich mache eine gute figur im wasser das dämmer dabei auch das heißt ich kann gleich auch unter wasser kaum noch etwas erkennen das ist jetzt schon der fall seht ihr den hai irgendwo ich sehe ihn nicht ja sehr schade dass dieses experiment offensichtlich fehlgeschlagen ist wird jetzt hier nur noch mal runter tauchen ob ich hier noch irgendwas interessantes finde manchmal kann man ja auch noch irgendwie unter wasser irgendwo rein schwimmen das ist so zappen duster in subnautica was ich momentan angucke ist übrigens meiner meinung nach auch ein recht geniales survival spiel guckt euch gerne mal an wenn ihr wollt da kommt ihr auch demnächst die und die jetzt hier raus below zero heißt habe videos dazu gemacht und ich habe auch ein bisschen recherchiert und in einer der folgen was zusammengeklüppelt zu der erweiterung die möglicherweise schon im early access draußen ist below zero wenn dieses video rauskommt das weiß ich nicht so genau das hauptspiel aber es ist ja stand alone eigentlich ist es subnautica 1 und 2 wenn man so will das ist aber schon draußen könnt ihr kaufen oder euch noch die early access version die es eigentlich gar nicht mehr gibt aber die kann man sich auch noch im netz runterladen die kostet nichts das reicht völlig aus um sich das spiel anzugucken und erstmal nichts zu bezahlen wobei man da aber wissen muss dass das fertige spiel deutlich besser ist und auch anders ist und auch da viel daran gearbeitet wurde aber schaut euch einfach mal an wenn ihr interesse habt wie gesagt ich habe da eine playlist auf meinem kanal dazu so der haken müsste es dann auch hinter sich haben wenn ich den noch ein oder zweimal verwende es war einmal dann haben wir hier die zeit noch sinnvoll überbrückt und network ich will dich nicht ärgern aber ich habe jetzt keine lust irgendwas in den freien slot da links rein zu packen bitte halt deinen inneren munk unter kontrolle gut da schon immer noch der fisch köder ja ich kann ihn ja an fixen das ist ja gar nicht das problem nur nützt mir das herzlich wenig im endeffekt jetzt schon allerdings von mir weg normalerweise würde er mich ja angreifen nicht nicht im friedlich modus wäre also man kann ihn dann auch aus ein ums andere mal treffen er geht aber nicht kaputt und ich habe im spiel insgesamt schon sehr oft getroffen anstatt den zu meucheln möchte ich mich ja fast selber vor lauter sauerstaat man ich muss mich hier ein bisschen umgewöhnen leute und das liegt das liegt auch daran dass ich es hat nautiker folgen produziere weil da ist es genauso nur dass man da tiefer tauchen kann und mehr zeit hat wieder hoch zu kommen bei einem ähnlichen sauerstoff niveau zumindest wenn man so nach der menge des vorhandenen sauerstoffs noch geht da muss ich mich jetzt erstmal wieder ein bisschen umstellen aber es hätte ja jungen jungen ja ich mache dann hier einfach mal die den anker wieder los und fahr weiter weil es ja doch das ein oder andere in dem spiel noch zu finden gibt auch in dem aktuellen status vielleicht haben wir da ja ein bisschen glück das ist ein bisschen zufalls gesteuert nämlich was wann spawnt und welche version von dem was sport ist gerade ist also welche welche insel welche plattform wobei natürlich da die varianten endlich sind und es irgendwann wiederholungen gibt bei bei plattform schwingt mit dem spieß garstiges ding satellitenschüssel die für nichts gutes aber hauptsache windräder hätte ich so ein windrad auf meinem floß bräuchte ich keine batterien aber ich fürchte bei dem gewicht würde das floß ein minimales übergewicht bekommen und dann schräg im wasser stehen als hätte es einen außen border das hat uns also leider nicht weitergebracht nicht schlimm aber ich werde weiterhin alles mit euch ausprobieren was mir einfällt es gibt noch eine weitere news nämlich tatsächlich wird es wahrscheinlich demnächst in das spiel mal wieder im seel ist irgendwo oder ich einen günstigen key besorgen kann für den commander carlton dass wir dann die eine oder andere runde zusammen spielen werden am liebsten würde commander carlton auf derselben karte mit einem eigenen fluss umherfahren das ist aber spiele technisch zumindest zum jetzigen zeitpunkt nicht möglich werde aber sicherlich die möglichkeit haben ihm hier ein kleines eigenes reich zu schaffen und er hat versprochen er würde hier auf meinem fluss für mich kochen da bin ich sehr gespannt ob er vielleicht auch ein paar eigene rezepte mitbringt wo meiner kalten ich bin sehr gespannt aber setzt sich nicht unnötig unter druck immer alles mit der ruhe wir haben zeit vielleicht schaffen was ja vor der 100 folge wenigstens ja auch wenn die update jetzt vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig kommen vielleicht ändert sich das auch noch mal kurzfristig mal gucken macht das ja hier nach lust und laune ab zwar so ein gewissen ja sende plan will ich jetzt mal nicht sagen aber es ist eigentlich immer raum auch serien fortzusetzen wenn es denn eine sinnvolle möglichkeit zur fortsetzung gibt ob man sich beispielsweise mal mein video zum bau und abriss simulator an erklärt sich hier von selber warum es nicht mehr als eine einzige folge gegeben hat ich verrate mal nicht so viel guckt euch an wenn ihr wissen wollt warum das habe ich hier schon wieder salz was hat und kann ich das dann auch schon wieder einfüllen das ist eigentlich ja auch nicht so realistisch doch naja egal ich habe jetzt wieder süßwasser das ist es was ich wollte so kann ich die waffen mal weg packen sondern können wir bevor wir jetzt allerdings das schloss ausbauen ich muss mir jetzt noch mal überlegen ich muss mir jetzt zwei sachen überlegen ich muss mir zum einen überlegen wo baue ich den platz hin für die tiere die da irgendwann kommen werden und wo baue ich den abschnitt für commander carlton hin wenn dann soll er ja auch ein ordentliches feld haben aber baue ich ihm da jetzt auch schon andere sachen drauf bett und andere einrichtungen er soll ja auch was selber machen wird hier mir einfach ein abschnitt auf dem floß bauen und er kann sich dann selber entscheiden ob er das pseudo abkoppelt das heißt pseudo abkoppeln ich selber habe es noch nicht ausprobiert habe es aber in einem video gesehen und zwar an einem von diesen super heftig schreie als let's play let's play kanälen leute ich kann einfach nicht verstehen ich kann einfach nicht verstehen wie man sich so eine irre rum schreier und hüpferei angucken kann und wie die leute dann auch noch eine millionen views zusammen kriegen verratet es mir bitte super heftig schreie als oder lieber so okay wenn euch das was ich mache gar nicht gefallen würde dann würdet ihr euch würdet ihr es euch nicht so lange angucken aber was finden leute an diesem super heftig schreie als videos ich finde es unglaublich dann wird noch irgendein bild als vorschaubild gemacht wo irgendwas drin steht was im spiel gar nicht vorkommt ja was weiß ich hier bei einem schrauber hat mich gerettet bei raf zu einer bild montage und dann noch so ein gott bild nach dem motto was man so ganz schreckliches gesehen hat im spiel und da gehen die leute steil drauf millionenweise bitte verratet mir doch mal warum ist das so oder schreibt mir bitte 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 auch in ihr sonst nicht viel kommentiert schreibt mir dazu bitte mal unbedingt eure meinung in den kommentar da würde ich gerne mal mit euch in den dialog treten ich bin sehr gespannt vielen dank war so ich werde jetzt aber fürs erste mal gucken die plattform ist weg das bedeutet was bedeutet dass wenn das dieses gerät wieder einschalten ich wollte radar sagen aber von der systematik er kann das doch eigentlich kein radar sein oder doch es kann ein radar sein als die dinge im zweiten weltkrieg aufgaben ich meine mich erinnern zu können auf historischen bildern dass da auch solche dinge waren die so ähnlich ausgesehen ein kleines bisschen anders ein bisschen wie nicht echelon antennen der haupt ist ein ganz interessantes thema das dient sollte der funk übertragung über die stratosphäre dienen und die möglichkeit für kommunikation nach unter wasser zu bieten und zwar weit tiefer als das normalerweise möglich ist ich will da jetzt aber auch nicht zu weit abschweifen auf jeden fall ich glaube es war an der englischen kanal küste wenn ihr alles täuscht waren halt nur so ein bisschen anders ausgerichtet wie früher so fernsehantennen gut aber genug abgeschwiffen jetzt sollten wir mal die flimmerkiste ein und sehen also richtung hol auf der haie noch mal ob das die richtige richtung ist so ungefähr blauen bauen wir ein plätzchen für commander karten oder baue ich ihm hier eine zweite etage drüber und er wohnt oben und ich wohne unten ich muss mir das noch genau überlegen ob man da hinten ist noch so ein kleiner felsen da könnte ich tauchen gehen ich lasse das aber erstmal ich möchte euch nicht mit unnötig häufigen wiederholungen strapazieren vielleicht mal irgendwann wenn es wieder nötig ist jedenfalls ist das nicht das auf dem radar angezeigte objekt ich muss jetzt nur mal aufpassen dass ich nicht dagegen fahre obwohl eigentlich das also egal ich drehe mich dann aber ich fahre sowieso schon nicht mehr so wie ich will steuert jetzt zielgerichtet und da kommen wir da vorbei was meinte ich schnell eine kleine abstimmung starten ich glaube das könnte knapp klappen was wir daran vorbeikommen oder vielleicht auch nicht so knapp ok prima alles klar das hat geklappt so und da ich das dinge in der breite ausbauen in der tiefe weniger oder hinten ist mein haus denke mit dem commander karten etwas hinter meinem haus anbauen so packen wir mal die waffen hier weg vielleicht kann ich dir irgendwann doch noch mal sinnvoll einsetzen jax pack ich weg lang das bleibt den bauarm erhol ich raus auch ich nämlich gleich wo ist denn hier unsere metall und materialkiste da können wir den waren reinpacken das glas reinpacken hier oben war doch irgendwo um ein areal zu bauen brauche ich holz und kunststoff dann muss ich jetzt gucken dass ich da möglichst reichlich dabei habe aber es könnte sein dass ich gar nicht so viel holz dabei habe doch das ist reichlich holster jetzt mal das ganze holz hier raus und reichlich kunststoff aber zumindest mal ein kleines bisschen vorbereitet sein weiß was ich dann mache ich zollte das ding ein und halte dich zusammen mit den austieren nein das ist natürlich ein scherz oder ob man hinten ist wieder so ein floß da hat das werde ich mir aber holen weil oftmals oder manchmal sind da nämlich rezepte drauf und rezepte kann man ja nie genug haben commander kalten möchte ja für mich kochen so da lasse ich mal den anker runter und wenn wir das mal gerade das lud unterwegs nämlich natürlich noch das fass mit vielleicht noch ein bisschen holz was hier so rum schwimmt darüber habe ich mir mal roh weg aber jetzt gar keinen effekt gehabt selbst aber also auch mein lebensmittel beiden was gar nicht ob ich vorher schon jemals eine rohe rübe gegessen habe ein rezept für gemüsesuppe interessanterweise geht das bloß hier gar nicht unter wenn ich es nicht betrete wenn man stein drauf werfen juhu ich lass das hier mal schwimmen das tut ja keinem was oder bei allen dingen muss ich jetzt noch mal schnell gucken ich noch in die richtige richtung fahre es kann sich nämlich ganz schnell mal ändern man hat so den eindruck das ziel wandert manchmal aber das wird wohl nicht der fall sein aber wenn man interessantes ziel jetzt ist es nämlich fast geradeaus wenn auch nicht ganz geradeaus ja das könnte passen so rezept für ein gemüse eintopf ich mache jetzt auch mein inventar gar nicht so leer so sachen die ich doppelt und dreifach habe was ich gar nicht weiß das fiel mir mal also zwischendurch heiß ein ich sage immer schön hier ist meine geschenkekiste wer das haben will kann das nehmen das funktioniert auch garantiert solange man auf derselben karte ist aber es kann ja eigentlich nicht möglich sein dass man diese gegenstände in seinen eigenen spielstand transferieren kann kann ich mir zumindest nicht vorstellen wäre irgendwo widersinnig aber man lernt ja nie aus gut den ausbau des flosses starten wir dann in der nächsten folge dann sehen wir auch vielleicht wo uns unser radar hier hin führt bis dahin sage ich vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal auf wiedersehen w w